Am Sonntag haben Klimaaktivistinnen die Mona Lisa im Louvre mit Suppe überschüttet. Ein Video des Vorfalls zeigt, wie die orange Flüssigkeit über das Kunstwerk von Leonardo da Vinci rinnt, während die beiden Frauen vor dem Gemälde posieren. Von der Attacke auf die Mona Lisa berichtete unter anderem die Nachrichtenagentur CL Press. Laut einem AFP-Journalisten wollten die beiden Frauen mit der Aktion ihre Forderung nach einem Recht auf gesunde und nachhaltige Ernährung Nachdruck verleihen. Das weltberühmte Gemälde von Leonardo da Vinci stammt aus dem 16. Jahrhundert. Es ist durch eine schusssichere Glasscheibe geschützt, weshalb es unwahrscheinlich ist, dass es bei der Suppenaktion der Aktivistinnen beschädigt wurde. Vielen Dank.